ARD Text im Auftrag von Funk Erst wurde mir der Kater von der letzten Silvesternacht los. Trotzdem ist bereits im neuen Jahr jedes Wochenende verplant. Letzten Sonntag, Lausanne, sind wir bereits wieder eingeladen in der Swissport Arena. Ich schaue mir ganz schnell zurück auf den September 2012. Dort hat man den jungen Mittelfeldspieler mit Jahrgang 91 ausgelernt, beim FC Winterthur zum Spielpraxis zu sammeln. Jetzt ist er wieder zurückgekommen, hat vor ein paar Minuten das Morgentraining beendet und ist jetzt auf dem Weg nach Zürich-West. Das gibt uns gleich noch Zeit und Gelegenheit, um zurückzuschauen, und zwar auf den letzten Sonntag, wo Lausanne als Gast war im Letzigrund. Unsere Aufgabe ist es, diesen Sieg zu geniessen, aber am Dienstag sofort umzuschalten und weiterzuarbeiten für ein positives Ergebnis in Luzern. Das nächste Spiel in Luzern ist das Auswärtsspiel. Jetzt war das Heimspiel. Ich glaube, jedes Auswärtsspiel für uns wird eine harte Nuss. Aber nach einem Sieg im Heimspiel gegen Lausanne, glaube ich, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind. Und ich freue mich für den nächsten Gegner Luzern. Ich denke, wir dürfen uns nicht zu lange auf diesen drei Punkte ausruhen. Es ist noch ein weiterer Weg vor uns. Luzern ist der nächste Step und dann wollen wir alle zusammen Angriff nehmen. Wie bereits vorher schon angedänt, mein heutiger Gast hat ein paar Monate in der Eulachstadt verbracht, dort zum Erfahrungen sammeln. Ob er diese wirklich gefunden hat und vor allem wie glücklich er ist, dass er jetzt wieder zurück ist beim FC Zürich, das erzählt uns Maurice Brunnen gerade selber. Zuerst einmal war es eigentlich auch mein Wunsch, dass ich zur Spielpraxis komme und zu Winterthur wechseln kann. Und dann halt am Anfang, anders als erhofft, bin ich dann nicht zu diesen Minuten gekommen. Ich habe zwar im ersten Spiel mein Goal gemacht, meine Leistung gebracht, im zweiten Spiel dann keine Minuten mehr gespielt. Und dann war es halt so, dass ich mich irgendwie mit dem Trainer oder mit gewissen Leuten nicht so ganz gut verstanden habe oder er einfach auf eine andere Elf gesetzt hat. Obwohl eigentlich die Leistungen gut gewesen sind, auch im Training. Du kommst wieder zurück zum Stadtklub. Fühlst du dich jetzt da wie ein bisschen fremd? Nein, überhaupt nicht. Fremd habe ich mich gefühlt im Winterthur, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin schon zehn Jahre beim FC Zürich und da fühlt man sich einfach zu Hause. Auch wenn man mal kurz, drei Monate sind es gewesen, wo er weg ist und ich fühle mich zu Hause. Was sind deine Zukunftspläne? Wo trete ich jetzt deinen Weg beim Stadtklub ein? Ich habe das natürlich auch alles mitbekommen und bin eigentlich auch immer noch mittendrin gewesen. Und darum, für mich ist es eine neue Chance. Ich probiere mich nochmal voll in die Treniere zu hängen und die Mannschaft zu pushen, mich selber zu pushen, damit ich möglichst bald zu einem Einsatz komme und vielleicht auch mal ein Stammspieler werde, auch beim FC Zürich. Ganz konkret, was braucht es in diesem Fall für einen Stammspieler beim FC Zürich? Es braucht einfach eine gewisse Konstanz zuerst einmal, dass man über mehrere Spiele die Leistung bringen kann, dass man nicht sofort in jedem Druck standhalten kann und andererseits immer bereit sein und die Einstellung haben. Du hast gesagt, du hast die ganzen Umstrukturierungen mitbekommen, du hast alles mitverfolgt, was da beim Stadtklub passiert ist. Was macht das jetzt für dich für einen Eindruck? Neuer Trainer, ein technischer Direktor, du kommst jetzt wieder neu dazu. Positiv oder negativ? Ja, also ich habe es bis jetzt ziemlich positiv aufgenommen, weil momentan ein anderer Draht zwischen der Führung und der Spieler ist. Also man versteht sich wirklich, man ist auf gleicher Wellenlänge. Und ich glaube, das schützen auch die meisten Spieler, dass das Vertrauen da ist zwischen dem Staff, zwischen dem Verein und dem Spieler und auch umgekehrt. Also es ist viel jetzt auch auf dem Vertrauen. Luzern ist die Mannschaft, die wir als Nächstes schlagen müssen und dort holen wir auch die drei Punkte. Was ist Luzern für dich? Luzern war eigentlich schon immer eine gefährliche Mannschaft. Wir sind gute Spieler, unter anderem auch zwei ehemalige FZZ-Spieler mit dem Stoyer und dem Gigi, die sicher gefährlich sind. Und unterschätzen werden wir sie definitiv nicht. Ja, es liegt auch uns, einen höheren Gang zu fahren.